Willkommen zurück bei Borderlands, wo wir zurück in der Stadt sind, um noch ein paar Quests anzunehmen. Das macht der Po da gerade, glaube ich. Hier gibt es bei Moxies noch was Neues, die uns diese lustige, tolle Waffe gegeben hat. Gibt es da irgendwelche Automaten, wo wir spielen können? Ja. Was kosten die? Keine Ahnung, Iridium. Na komm, machen wir mal. Ich habe gewonnen. Ein Kack-Schild. Level? Keine Ahnung. Und ich guck mal. Ähm. 30. Na gut, also es ist schon auf unserem Level, aber naja. Ja, lass mal wieder gehen. Ja, wir machen jetzt, nehmen jetzt hier erstmal alle Quests an und dann, ach so. Ich finde die Mörderin, das ist hier direkt in der Stadt. Ja, das können wir eigentlich direkt gleich machen, weil die hier irgendwo ist. Ne. Ach so, müssen wir hier her? Wir müssen nach unten. Ach, das ist hier, ja. Es gibt jetzt hier ein neues, eine neue Area, Mörderinstempel. Ja, dann, mach mal. Machen wir doch mal, fertig. Oder wir hätten vielleicht die Nebenquests mitnehmen sollen, vielleicht sind die auch da drin. Man weiß es nicht. Ja, wer weiß. Ich glaube nicht. Ich sag einfach mal, dass es nicht so ist. Das ist hier hoch. Was ist das denn hier für ein Lungen? Keine Ahnung. Ich weiß aber, dass ich, äh, dass der noch nicht da war. Dass der erst jetzt aufgegangen ist. Dass der spezifisch für diese Nebenquest hier gekommen ist. Bei eurer potenziellen Vernichtung. Ja, haben wir gefunden. Ich bin Mörderin. Und ihr seid nun in einem Ring der Magie. Ah, cool. Das ist so was, das ist so ein Arena-Modus quasi. Hier kann man übrigens runter. Guck mal. Aha. Ach, hier wird man wahrscheinlich gerespawned, wenn man, äh, abnippelt. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Aber keine Ahnung. Ja, ist die Sicherheit jetzt zu Ende oder wie? Na, ne. Guck doch mal auf die Karte. Ja, aber das ist die... Ja, ne. Hier rein. Kämpfen. Ja, gut. Also ich laufe dir jetzt hinterher. Glaube. Naja, weil der Typ, die Quest, der Mann mit dem Bart, ist was anderes. Ja, warte mal. Warte, 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 warte. Ich hab hier alles unter Kontrolle oder auch nicht. Ich dachte, wenn wir jetzt da runterspringen, dann kämpfen wir. Aber, hm. Ja, wir haben ja halt keine Quest im Moment. Äh, ich wollte dem Typ mal hinterherlaufen, wo der hingeht. Der ist ja hier irgendwo. Ja, hier. Hier ist die Kack-Quest. Wir müssen da runterhüpfen. Naja, gut dann. Alter! Das kann man nicht nicht schaffen. Und hier hinten wird man dann wahrscheinlich gerespawned. Ich würde, dass sie auch die einfachste Runde ist. Würde ich vermuten. Magisches Gemetzel. Ja, das ist sowas wie Badass-Dingens of Badass-E-Toot-Dingens. Ja, dann mach mal hier den Spielern. Alle Spieler müssen ran, damit ich das starten kann. Und hier gibt's auch, äh, Munitions-Dinger links und rechts und sowas. Ja, ich bleib mal hier auf so'n, so'n Fass-Ding. Da hinten ist ein unsterblicher Skelett-O-Taurus. Na dann. Da muss man mit Fingern rausziehen. Ja, dann zieh du mal. Ich hab Angst. Ja, toll. Glaube ich habe, oder? Ich kümmere mich fürs Kaputtmachen und du fürs Ziehen. Alter. Wo ist das, Fiedern? Ach, da. Gut. Ach, jetzt kommen hier überall aus der Erde diese scheiß Dinger raus. Toll, ich bin gestorben und sofort wieder respawnt, weil ich direkt im Sterben einen umgebolzt hab. Und es war nicht Deathstrap, weil der ist nicht aktiv. Äh, what the fuck? Ich glaube nicht, dass die netz sind, die Dinger. Ne, da kommen Moped-Männer. Oh, guck mal, hier sind, alles hier ist ne Falle, äh. Au. Irgendwann hat mich grad gehauen. Aua! Äh, nicht nur dich. Ja, alles hier auf dieser blöden Karte ist da, um einen zu töten. Ach, und diese Respawn, äh, Despawn, äh, Phasen-Dinger. Dinger. Wo ist es da? Ach, Mann, ey, jetzt ist es da und ich muss nachladen. Wie kacke. Ja, keine Ahnung, wo der sich grad versteckt. Ach, da. Ach, jawohl, genau. Jetzt bin ich auch noch tot, ey. Zu leer. Ich verliere Blut. Ja. Nee, und ich hab'ge... Ha, 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 ja. Alter! ja ja ich stehe wieder 150 energie stacks einfach für die katze und ich bin schon wieder tot ja schön aber ich lebe wieder ich noch nicht krise werden kaputt ja nicht mit der waffe ich weiß nicht mal dem ding ich reste ich ja schon alles gut alles gut ja ich bin es nicht gewohnt keine waffe also waffen zu haben die nicht ordentlich wuchs machen naja gut die mgs machen das halt über die geschwindigkeit weil du halt super schnell damit rum bolz hat sich da oben sind welche ist hier da kommen wir von da gar nicht hin doch man kann da hinlaufen treffen in der seite ja ja stimmt IC IC Wiener da unten da ist ein neues höllenlevel aufgegangen quasi ich finde die musik hier ziemlich cool weiß ich nicht was zu davon hält ja ist nicht schlecht die passt halt so super zu einem epischen fight ich kann mich denke ich wütend ich bin wütend ich bin wütend nein 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 alles ist geschafft haben wir so ein bisschen angst runter zu fallen ach so ne wir haben erst zwei wellen geschafft davon das heißt es kommen noch zwei wellen so wie es aussieht oh jetzt kommen orkkrieger die sind mir aber wesentlich lieber als ja 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 ich stimme dir zu respekt für den robot ach guck mal diese dinger sind hier wieder eingefahren ach man ey ich hasse diese blöden fallen geh doch mal weg äh das ist echt unschön hier zu kämpfen vor allem als nahe kämpfer wenn du wenn du da herangehen willst da läufst du zwangsweise über die hälfte der fallen rüber alter der hat mich einfach hier in dieses blitzding gekickt oh god ähm ja bin down aber aber keine ahnung nichts aber soll ich dich fressen ach so du bist sogar da ja keine ahnung wenn ich mal treffen würde alter schwede äh ich brauch mal irgendwo war doch hier so ein äh munitionsding ne hier oben ja hier ist auch eins ich nehme mal das ach jetzt nehmen wir diese skelette ach das geht doch weg ja das ist sogar badass der eine typ hier ich muss mal und hier die die hälfte des bodens ist nicht begehbar ja und hier sind wieder verstärkte skelette alter die alle freundlich sind ja ganz freundlich ja guck mal er will mit dir kuscheln mhm ach badass skelett alter geh weg oh das badass skelett mag mich so halte ich doch mal alter nicht mit dem komischen bogenschützen man auf maria badass alter dt was ist mit dir los äh den badass krieg ich nicht kaputt oh du aber äh ist ja schon äh hier äh hinter dir ist ein orc gorilla und andere kleine ja warte Warte, 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 warte. Ich kann dich nicht rennen. Ich habe sogar eh gehämmert. Aber vielleicht hast du dich... Keine Ahnung. Ich habe echt versucht, dich zu rassen gerade. Wir gehen nicht. Und es hätte sogar... Es hätte sogar einen Instra-Rest sein müssen eigentlich. Weil ich meinen Actionskill gerade benutzte. Aha. Wie komme ich da jetzt rein? Keine Ahnung. Achso, ich musste da ja irgendwie wieder runter springen, ne? Vielleicht. Gucken wir mal. Hier sind überall Gitters. Ah, hier ist noch so ein Orkmann. Hallo. Ach, wer des Orkskrieg her? Fuck. Ja, ich gucke, wie ich zu dir kommen kann. Da ist irgendwo eine Leiter, wenn es das ist. Ja, ja, aber da komme ich nicht weiter. Da ist ein Badest Orkskrieg her. Nö, hier ist das Ausgang. Hier ist, äh, nix. Ich sag's ja nur ungern, ich kann nicht zu dir kommen. Das muss irgendwie gehen. Ach komm, erzähl mir jetzt nicht, dass du nicht kommen kannst, wenn ich hier gegen den Badest Orkskrieg her am Grumbeln bin. Die Tür ist zu, da komme ich nicht hin und da, wo die Leiter ist, die du meinst, komme ich nicht hin, weil da unten, äh, auch Gitter sind. Also hier gibt's keinen Weg. Ich seh dich da unten jetzt kämpfen, aber da, wo wir gerade runtergesprungen sind, ist jetzt hier ein Gitter hoch. Wie du siehst, steh ich hier oben. Ja. Und, äh, äh, drunter durchklettern? Nein, es ist oben offen. Und nicht unten. Und darüber springen kann ich nicht. Ja, den krieg ich auch nicht tot. Vielleicht sterben wir jetzt hier. Ich hab echt versucht, dich zu resten. Vielleicht geht das nicht. Hm, keine Ahnung. Mit ein bisschen Glück krieg ich den vielleicht sogar, aber ich glaube nicht. Hm. Ne, ich mach einfach nicht genug Schaden, glaube ich, um den zu kriegen. Ne, da fehlt ein bisschen was an DPS. Bin down. Ja, und was ist denn jetzt verkackt, oder was? Ja, weiß ich nicht. Wenn noch, ist hier das Gitter wieder oben. Geschadet. Tragisch. Oh, Mann, äh. Das war ja doof. Sterbt noch nicht? Ihr habt noch Quests abzuschließen. Zauberei! Mumphitz! Geht doch nix über ne Kanone! Kann ich euch für ein paar Zauberpatronen erwärmen? Tja. Das heißt wohl, nochmal, ne? Und nicht sterben. Was ist schon Zauberei? Gegen ein bisschen Schock. Nein, ich habe mich verblickt. Wieso konntest du da nicht reinlaufen? Was ist denn da los? Ähm, ja, weil das Gitter oben war. Und da hinten über die Leiter? Da war das Gitter oben. Das sage ich doch jetzt, glaube ich, dreimal. Ja, welches Gitter denn? Hier ist doch kein Gitter. Alter, ich glaub dir schon. Ich glaub's dir doch. Ich war gerade nur ganz hart am Trollen. Geh weg. So, jetzt habe ich mich gerade hier schon verkauft. Alter, geh weg. Nicht sterben ist die Gewise jetzt, okay? Ja, 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 ja. Das war kacke, Mann. Hm. Kann ich schon mal runterhüpfen? Was ich halt nicht verstehe ist, hier sind extra diese blauen Felsen, damit man hier hinter kann. Ja, aber, äh, 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 wie bist du denn jetzt schon wieder da runtergekommen? Indem ich gesprungen bin. Und hier? Wo? Wo? Na, wie, wo? Willst du mich verarschen? Einfach runterhüpfen. Ja, wo? Na, wie, wo? Ja, in die blöde Arena. Ach so, ja, da war hier das Tor zu. Da kam ich nicht hin. Und da unten war ein Gitter. Also ich kam halt in zweierlei Richtungen nicht hin. Ja, ja, bla, bla. Aber wo führt der Weg denn hin? Welcher Weg? Ja, der hier. Der führt auch in die Arena. Wo bist du? Ja, jetzt bin ich hier mal gucken, wo ich, ach, hier ist irgendwo... Hier ist noch ein Aufzug. Ja, wo führt der hin? Ja, in die Arena auch. Ja, aber von oben, also eventuell kann man ja hier rüber dann zurück. Ich will ja nur erst mal wissen, wo der ist. Der ist hier hinten. Kann ja sein, dass das der Weg darunter ist. Und wir diesen Weg nicht gefunden haben. Ja. Ja, der ist nämlich genau gegenüber vom Eingang, wo ich nicht geguckt habe. Kann sein, dass man darüber zurück reinkommt. Aber da wir diesen Weg natürlich nicht genommen haben... Ja, wie, aber... Kommst du jetzt oder nicht? Ich muss mir das mal überlegen. Alle Spieler sind erforderlich, um den Scheiß jetzt zu starten. Please nicht sterben. Das war nicht gut. Please reißen, dann ist alles gut. Ich habe Rest gespammt, Alter. Das ging nicht. Drück... Achso, du kannst ja noch nicht drücken. Ja, drück. Alle Spieler sind erforderlich. Ach ja. Das war doof, äh. Naja. Ich würde aber gerne als Schaschlik enden. Ach, da hinten solche Typen. Ja, Nerv, Nerv, Nerv. Das sind die einzigen Mobs, mit denen sie, finde ich, in dem Adam so ein bisschen übertrieben haben. Ja, die ganzen Skelettport-Apparat-Scheiß-Bogenschützen-Dreck. True. Es werden noch mehr. Und die machen halt perversen Schaden, irgendwie. Das ist nicht so schön. Oh, hier ist irgendwas Blaues gedroppt. Ach, irgendwie, äh, Kackgranate. Wieso, vielleicht ist es wieder so eine von diesen, ich sag mal, Spezial-Ganaten. Ja, jetzt hat es die Granate da unten ins Loch geworfen. Ach, nee, doch nicht. Die explodiert da gerade noch. Ich wollte schon sagen. Ja, gut, das kann sein. Muss ich mir gleich mal angucken. Ja, wir dachten ja auch erst, dass die voll Kacke sind. Und dann waren die voll gut eigentlich. Ah, hier ist so ein Bogenschützer. Ich kümmere mich mal direkt um den. Geh weg. Das ist aber auch schon der Einzige gewesen. Na, hier ist noch einer. Irgend so ein Spektral-Heini-Hans. Ach, Mann, äh, wieder so ein Seer-Typ. Super nervig, die Apparellos. Ach, der lebt immer noch. Nee, ist ein anderer. Ach, was ich schieße, das lebt nicht mehr danach. Hä? Da da hinten. Alter, schon wieder so ein Seer. Ja, ich hab meine Granate da hingeholzt. Mann. Der müsste jetzt irgendwo hier auftauchen, oder? Ist der tot? Ich glaub nicht. Alter, der kommt einmal raus, macht einen Schuss und haut wieder ab. Alter. Ich kann ihn so schnell gar nicht raufholzen auf den. Das gibt's doch nicht. Wie die uns trollen, ne? Das spitze Ende ist am gefährlichsten. Ach, diese blöden Sprüche von dem auch noch. Bist du jetzt mal tot, oder nicht? Nö. Wie ertrollt, ey, tot. Jetzt ist er erst begonnen. Weiter so! Alter, Verwalter. Das war erst die erste Welle, ne? Mhm. Das heißt, wir haben noch drei Wellen Zeit zum Sternen. Ach, hält auf die Stacheln! Er stirbt nicht. Die sterben einfach nicht. Naja. Ich holze weiter. Ach, da oben sind irgendwo Bogenschützen. Irgendwie so was da hinten. Äh, hier oben ist noch so ein... Alter, so ein Kaksch-Brödes-Skelett, was einfach mal... Äh, ach, geh weg, ey. Ja, du musst mich da aufreißen dafür. Bist du den? Ach so. Ja, wenn er nicht rumhüpfen würde. Außerdem kann ich mich jetzt vollheilen mit meinem Action-Skill. Das mache ich mal direkt. Und kümmere mich mal um die Bogenschutz-Scheiß-Penner. Hier. Ich one-shotte die jetzt. Ey, das kann doch nicht sein, dass mich ein so ein Popel-Bogenschütz... Ach, okay, die sind 33. Aber wir sind 32. Naja. Aber dass die mich hier so schnell... Brauchst du einen Rest, oder? Nee, nee, ich lebe schon wieder. Ich habe drei oder vier von denen kaputt gemacht. Ich habe auch viel mehr Leben als du. Keine Ahnung. Also langsam musst du vielleicht auch mal ein bisschen in der Front arbeiten. Aber ich bin auch ein Nahkämpfer. Keine Ahnung. Ja, richtig. Also, ich sollte mehr Leben haben. Aber die Sprömskelette sind echt, äh, tough, Alter. Klass Zähne. Ja, klar. Heyho. Ja, es geht aber jetzt eigentlich ganz gut. Ach, guck mal, wie viele Dinger da hochgekommen sind. Alter. Da kommen die Orks oben links in die. Einfach mal zersplattert. Granaten sind echt geil irgendwie. Wenn sie dich zusammenstehen. Ja, oder auch wenn einer nur stehen bleibt irgendwo. Ach so, das ist ja hier wieder dieses, wo man nicht durch kann, als, äh, egal. Dein Deathjob macht schon. Ja, der Rest macht die Granate. Ah, ich komme hier nicht zurück. Das ist eine Falle aktiv. Alter, aber die Ork-Männer von hinten kicken mich natürlich einfach da durch. Ist schon klar. Ja, du kannst auch einfach durchlaufen, wenn du nicht komplett durchläufst. Falltüren? Ach nein, geh weg damit. Und Spektral-Heinis. Das ist schon Runde 4 eigentlich, oder ist das Runde 3, oder? Ach so, das bist du sorry. Was ist da los? Hier haben wir wieder die verstärkten Skeletten, oder auch die freundlichen genannt. Alter, wie du die einfach mal one-shottest. Ja, ich habe ja gesagt, dass mein Skill so langsam mal ein bisschen, äh, Wumms macht. Ein bisschen, ein bisschen, äh, Beef dahinter ist, seitdem ich den eben habe. Und das war noch nicht mal, äh, die stärkere Version davon. Glaube ich, oder? Oh Gott. Oh Gott, ja, ganz genau. Alter, schon wieder so ein dreckiger Seer. Nee, 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 bitte nicht. Doch, da ist der gerade wieder rausgekommen. Mach du den neu. Ja, ich gehe mal eben kurz Munition und schreien nutzen. Alter, jetzt bin ich hier an so einem Ding gestorben. Und hier ist ein Battles, den kriege ich nicht tot. Ach, danke schön. Ja, ich bin auch nicht tot. Ja, ich bin auch schon wieder down. Mann! Das war nicht gut. Kriegen wir den noch? Nee, ne? Nee. Ist da aber noch irgendwo ein zweiter roter Punkt. Das ist ein Skelett, ja, aber der teleportiert halt rum. Den kriege ich halt nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Und du bist halt gleich tot. Ja. Nö, nö. Ja, aber das könnte funktionieren. Wie lange ist sein Skill noch? Aus. Also ich meine dein Fight for Life. Tot. Auch? Ja. Ja. Ja, irgendwie haben wir heute kein Glück hier. Ich weiß auch nicht. Wollen wir das erstmal links liegen lassen und was anderes machen? Ja, ich würde sagen, wir beenden mal den Part. Ja. Gehen uns in Selbstmitleid suhlen. Ja, ganz dringend. Bis dahin. Und ich sag tschüss.